Tore, die waren so lustig, die sagten, oh, wir sind uns eh gleich wieder. Ja, stimmt. Wir haben mich irgendwann beleidigt. Ja. Genauso wie der Taxifahrer, der ist auch immer lustig gewesen, hat so ganz lustige Sachen erzählt. Der hat immer Geschichten erzählt während der Fahrt, ey. Äquivar-Führerschein. Was, Äquivar-Führerschein? Ah, hier kann man einen Äquivar leihen, das ist doch ein Reitier. Ach, ein Äquivar-Reitier? Kannst du, kannst du für zwei Stunden leihen. Hier kann man Reittiere kaufen. Aber das konnte man vorher auch. Hier kann man Wolli kaufen. Ja, dann kostet auch wieder wahrscheinlich wieder fünf Gold, ne? Zehn, ich will Wolli kaufen. Wie viel kostet das? Zehn. Naja, hat man auch schnell zusammen, ich hab jetzt schon zwei. Führerschein für Fortgeschrittene. Aua, ich lauf hier als gegen Min. Ach, da muss ich nur für 40 sein, um das zu werden. Ich bin zu blöd für die Min. Okay. Wollen wir die Min machen, Leute? Ich, warte mal, ich hab hier noch überhaupt nichts angenommen. Warum denn nicht? Weil ich erst mal meinen ganzen Müll im MNH verkauft hab. Sind doch noch voll viele Quests, die man hier irgendwie innen drin... Ach, Schiffsjungen-Mission! Expedition verloren, empfohlene Stufenspanne, sechs bis neun. Geschätzte Zeit bis zur Vollendung, 20 Minuten. Hier gibt's jetzt auch voll viele Händler und so, wollen wir da nicht erst mal gucken. Auf doch, hier, das ist noch nix. Das lohnt sich jetzt, also du steigst so schnell im Level auch am Anfang, da bringt überhaupt nichts, das Zeug zu kaufen. Ne, ich meine ja nicht Rüstung oder so. Oh, hier ist so'n goldenes Ding zum Ausgraben! Was sind das, fünf? Ich hab was gefunden. Hab ich gefunden. Hab ich jetzt gemacht? Was soll ich denn? Heiltraining? Die Nummer fünf. Töte Marodeure. Oh, ich hab irgendeine Herausforderung gestartet. Ach, diese Kristalle einsammeln, vielleicht? Ne, irgendwas sprengen. Ja, Kristalle einsammeln, sag ich doch. Was ist das? Papagitzelstrom? Aua! Was? Hab ich doch gefragt, ob wir die Landmienen machen wollen. Ich hab die Ehren, Merlin, ganz ehrlich, ich steige grad gar nicht durch. Ja, weil ich dachte, das wär ne Quest. Nein, das ist einfach nur... Links. Kann die aber nicht mehr machen, weil ich da eben schon gestorben bin, bei. Da kannst du auch erneut versuchen klicken. Wo denn? Oben. Wo steht, dass du gescheitert bist? Ach, da war meine Map drüber. Oh. Ne, kann ich nicht. Wo ist denn das? Bei mir stand das da direkt drunter, weil ich bin ja auch grad gestorben. Ausforderung beginnt. Jetzt ist es. Ja. Aber ich muss die Map auch, die Map auch wieder woanders hin tun, ey. In der Rechts ist schon wieder alles voll mit Scheiße. Was muss man denn machen, acht Stück? Wie konnte man denn da aufteilen? Weil wenn du unten die Quest hast, auf das Zahnrad und dann mit Gruppe teilen. Ach, wenn du die schon angenommen hast? Ja. Oh, ich hab die auch gestanden. Ja, das ist nicht von mir, ich weiß. Aber warum hab ich jetzt null Herausforderungspunkte bekommen oben? Und jetzt hab ich Bronze. Hey, gibt es doch unterschiedliche Ränge? Keine Ahnung, Alter. Ich blick hier nicht durch. Ich hab 500 Quests daneben, ich weiß nicht mehr, was davon... Warum sind da denn jetzt so scheiße im Bodo davor? Das macht mich wahnsinnig. Was sind denn jetzt Aufgaben und was sind Quests? Darf ich nicht. Verwende Taxi-Stand, nee. Ah, Premium, dann kann man einen Bonus kriegen. Ja, klar. Ich möchte jetzt gerade kein Taxi benutzen. Was ist das hier für ein Scheiß? Aufsteigen. Transport nach Fragment Null, nee. Ja, auch noch eine Quest, oh Gott. Was ist das mit dem Belohnung? Wow, 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 voll viel Fresse gekriegt. Was machen wir denn jetzt? Ich spring gerade hier diese komischen Dinger hoch. Was habt ihr denn jetzt für Quests? Also ich hab... Alle. Ich hab, äh, sprenge irgendwas, töte irgendwas, finde das Camp und setze die Railgun gegen Analytica, bla. Die hab ich. Also wir könnten... Was denn? Geschichte des Gebiets oder der Region? Oder Aufgaben? Ich hab Geschichte des Gebiets, Geschichte der Region. Um erstmal der Region an... Also ich würde sagen, macht mal am Anfang kleine und große Sprünge. Weil das gibt dann noch so ein kleines Nebenquest-Gebiet, wenn man da hoch springt. Ja, dann lass doch nicht... Lass da unten nicht zu den Gegnern gehen, weil da sind noch mehr Quests. Janina? Ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin da oben auf dem Berg. Da unten, am Fuß des Berges, ist ein Typ, mit dem kannst du labern. Du kriegst eine Quest. Gibt's auch eine Herausforderung, musst du diese Kristalle zerspringen. Für den musst du was erledigen. Und wenn du ganz hoch auf den Berg springst, kriegst du einen Anruf. Aua! Ja. Und dann kommst du in ein neues Quest-Gebiet. Wollt ihr mal auf mich warten, vielleicht? Ja, ich warte ja. Ich glaube, nicht gerade keiner, ob ich überhaupt da hinkomme, wo ihr seid. Klar, ich kann euch abholen. Wie Quest ist denn das? Mal kurz gucken, wo war denn jeder Anfang? Ich hab gerade drei Gelbglöckchen ein. Kommt mal zu mir. Ich bin jetzt hier. Bei dem Typen. Denner hat zu Fall. Herausforderung beginnt. Erreicht den oberen Rand der Lofet-Klippen. Also müssen wir so hochlaufen, oder was? Nicht hochlaufen, du musst springen, du hast so einen Supersprung. Ganz nah oben. Wenn ich auf meinem Reit hier sitze, habe ich keinen Supersprung. Ich muss erst mal die erste Bebenstelle machen, die habe ich noch nicht stabilisiert. Jetzt habe ich einen Supersprung. Oh, wo geht's denn hier überhaupt weiter? Herausforderung bestanden. Was beginnt denn jetzt? Oh, jetzt beginnt die noch eine Herausforderung. Leck mich doch. Diese Kristalle sollst du zerspringen. Und das sagt er mir jetzt, nachdem ich schon an allen Kristallen vorbei bin. Ja, wo sammle ich jetzt, um die Dinger jetzt einsammeln, muss ich jetzt wieder runter, oder was? Nee, es gibt ein bisschen unterschiedliche Quests. Einmal die Kristalle und einmal diese Erdbeben-Dinger machen. Ja, ich habe jetzt sammle Dings-Kristalle. Dann musst du hier durch die Kristalle springen, die in der Luft schweben. Ja, dann muss ich jetzt wieder den Berg runterhüpfen, weil ich war ja schon oben. Ja, die sind hier unten, die Kristalle. Nee, keine mehr. Oh nein, da ist noch einer. Aber dann hat mir natürlich jetzt jemand weggesammelt. Ich verstehe es nicht. Ja, den konzentriere ich doch nicht so. Das sind aber auch ganz kleine Kopfhörer, kann das sein? Ich habe es schon geschafft. Ich verstehe es nicht. Beobachtest du mich? Ja, ich beobachte dich. Du spielst doch lieber mit mir. Ich warte oben auf euch. Ich habe das alles dann schon geschafft. Achso. Ja, bei mir kam die Herausforderung mit dem Erdbeben-Zeug überhaupt nicht. Nee, das ist nicht gewesen. Achso. Ja, mach. Nimm. Nimm. Ich bin immer noch zwei. Hm. Was ist denn? Stiefel des Wegelagers. Will ich doch anziehen als Kostüm, du Kleiner. Ja, das hat es bei mir eben auch wieder ausgezogen. Ich habe die aber schon an. Ach, ich hatte die eben als Rüstung an. Ich denke... Wohl, freu ich den nochmal an. Warum hat man die auch im Inventar als Rüstung? Warum kann man die überhaupt als Rüstung anziehen? Welche Quiz war das jetzt? Wie viele von diesen Erdbeben-Dingern musste man denn machen? Drei. Ich weiß nicht, ob ich drei gemacht habe. Wie heißt die Quest damals? Geschichte der Region ist das. Nein, ne. Ich bin jetzt erstmal mit dem... Herr, zurück zu deiner irgendwas. Händler. Und das? Was machen wir denn jetzt, Leute? Händler zurück zu deiner Mutter. Hier oben, wenn ihr wieder hochspringt, da ist ein neben-Quest-Gebiet, das ist ein abgestürztes Raumschiff. Ja, warum nicht erstmal die tausend anderen Quests machen, die wir offen machen? Ja, aber die sind für den Level-Bereich gut. Hier oben ist nur ein kleines Quest-Gebiet. Da machst du zwei, drei Quests, gehst einmal in eine Höhle rein, musst du so tauchen und so und dann können wir unten weitermachen, weil da geht's ja in eine ganz andere Richtung. Ihr wartet ja auf mich. Ja, ich warte. Ach, das haben wir bauen. Ich warte. Merlin, hier ist ein Relikt. Was ist das schön für das Relikt? Gibt übrigens gar keine zweite... Ach, nee, warte, das mit dem Beruf kam erst zu Level 10, oder? Ja, das kann Level 10. Soldatenmission. Ist da unten, hier und hier. Ja. Merlin, brauchst du noch länger? Nee, ich komme zu... Ich muss nur noch hier ein Ding setzen. Dann komme ich. Sonst werde ich mal schnell runtergestürmt, mir was zu essen holen. Nee, ich komme jetzt. Oh. Ich habe Hunger. Äh, wo seid ihr? Wie komme ich jetzt hier hoch? Was denn? Tja, wo komme ich denn hier hoch? Jetzt muss ich absteigen, ne? Ja. Gut. Jump. Jump. Ich glaube, ich bin nicht da. Will ihr mich schon? Äh. Ja. Nein, ich nicht, aber... Ich schon. Auf der großen Karte. Ach, auf der großen Karte. Ich bin genau neben dir, ja. Achso. Und jetzt? Wohin? Hier. Erstmal hier die Quests abschließen bei dem Typ hier. Oder annehmen, je nachdem. Ob er den Anruf gekriegt hat. Dann kriegen wir gleich zwei neue. Ja. Hier ist keine Quests. Der Typ hier. Hier, der hier. Der Pornostar, äh, Brotostar. Ja. Ja. Könnt ihr euch noch Buffs holen? Geil, Buffs. Und man kann nur drei Buffs haben, ne? Oh, hier sind hier ganz viele Ausrufezeichen, ne? Ja. War hier links als erstes gehen? Ja. Okay, eine Quest ist, glaube ich, hier im Wasser. Oh, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Oh. Ich meine, es ist so blöd, auf das Ding zu springen, ja. Die. Die sind schon ein bisschen stärker. Nur Zeit. Oh, Herausforderung, deine Mutter, Alter. Aber was zählen, dass du so sammle Schleck, Schleckschnecken, ah ja, bevor die Zeit abhört. Okay. Komm, dann lass die Schleck, Schleckschnecken machen. Alter, hält die viele aus. Die schleck, ich weiß. Okay. 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 Okay.